Dieses zum Kauf angebotene renovierungsbedürftige Einfamilienhaus wird in Portes Kennenge erbaut. Voraussichtlich 1980 wird dieses Drei-Etagen-Haus erbaut. Das Haus verfügt über einen Keller. Es hat drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1000 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 110 Quadratmetern auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 265.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Bis zum nächsten Mal.